So, ich glaube, ich nehme oben links auch die flüsternde Tunika, weil ihr am meisten Gold gebt und das andere für mich nichts ist. Mögen die Geister mit euch sein. So, dann gucke ich mir die gleich mal an. Oh, Rosen, ach, das war Kette. So, dann gucken wir mal. Plus 1 Willenskraft, äh, Intelligenz, minus 6 Willenskraft, plus 28 Ausdauer, minus 15 Tempo. Hm. Hm. Also, Willenskraft zieht's ab und Tempo. Ja, zieh ruhig an. Hm. Na, die anderen, was hab ich denn da? Plus da ne Tunika. Ja. Hm. So, auf jeden Fall reiten wir jetzt erstmal nach Fralmar, während Susi da rumguckt. Und geben da die andere Quest ab, kurz. Ich behalte die andere aber noch. Kannst du's dann angucken. Ja, mach ich. Mach ich, ja. Guck ich mir am Wochenende, wie gesagt, dann mal an. Dann machen wir mal so einen Rundumschlag. Da haben wir schon tausend andere Sachen und bessere Sachen, hoffe ich. Glaube ich, weiß nicht, nicht. Es sei denn, du willst morgen auch wieder aufnehmen. Nee. Aber wir gehen ja heute nochmal in Indi, hast du gesagt. Ja. Also, da könnt's ja noch was geben. Eventuell, ja. Rückkehr nach Fralmar. Hm. So, Quest beenden. Kannst du auch direkt die nächste gerne annehmen. Konstruktionslager. Mhm. Das machen wir später. Natsgril. Natsgril. In Thalmar möchte, dass ihr das Konstruktionslager Mageddon angreift. Kraft. Bist du schon wieder hin? Musst du schon wieder entfleucht? Was hast denn du über deinen Kopf? Ich wurde gerade gebufft. Halt alle zwei Sekunden lang um 36. Sensefäre. Okay. Jetzt ist er weg. Deswegen habe ich mich bedankt bei von sein Sinn. Von Sinn. Er war von Sinn. Deswegen hat er dich gebufft. Weißt du was? Wir machen doch das Konstruktionslager Mageddon als erstes. Das ist ja direkt hinter Thalmar. Dann kriegen wir, glaube ich, auch noch zwei, drei andere Quests. Eine für die Indi, wenn ich mich nicht täusche. Und eine... Eine war auf jeden Fall für die Indi. Ja, die können wir ja... Und eine Gruppenköst. Ah, du schaffst es. Du schaffst es. Wieso? Jetzt müssen wir zehn Diener töten und einen von den Großen, denke ich. Einen Großen. Das sind die Diener? Ne, das sind nur die Legionäre. Die Diener sind weiter hinter. Da, wo gerade der Troll lang rennt. Da, diese Kleinen sind die Diener. Okay. Das sind schon wieder Leute, die hier mitspielen wollen. Äh... Unser LP ist so beliebt. Ja. Alle wollen sie in die Aufnahme. Aber es hat natürlich auch nichts damit zu tun, dass, äh... Zehn Millionen Spieler weltweit dieses Spiel spielen. Ach, wieso denn? Ist doch unser Zerror. Seit wann. Oh, Baby. Das wüsste ich aber. Hast du nicht ein bisschen Humor? Nein. Nicht ein bisschen Haufen Humor. Oh, Baby. Du legst dich direkt mit dem dicken Level 62 an. Ich brauche ein... Alle. Den braucht es hin nicht. Nur so als Randinfo. Na und? Ich sag's nur. Hier, diese da. Dieser Zauber ist doch nicht... Das sind übrigens Draenei. Ne? Nur zur Info. Die sind aber dick geworden. Ich muss... Ne, das sind... Das sind Teufels Draeneis. Die wurden übernommen. Die ursprünglichen Draeneis kann ich dir auch... Da sehen wir auch noch hier. Die wie sie früher waren, bevor sie... Ne Schönheits... Ne Schönheits... Von Blizzard bekommen haben. Achso. Weil so... Solche Charaktere kann man den Spielern ja nicht anbieten. So nach dem Motto. Da mussten sie die nochmal überarbeiten. Haben das Story drumherum gewickelt. Und haben gesagt, so und so. Darum... Darum sehen die jetzt so aus. Aber frag mich jetzt bitte nicht nach der Story. Weil... Die habe ich nicht im Kopf. Weil... Draenei... Allianz. Allianz, genau. Weiße. Allianz. Allianz. Ja. Krieg ich Plug. Und das von der übelsten Sorte. Weil Allianz blöd. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Da ist wieder eine... Blöde Kanone. Hat der ein großes Schwert, ey. Ja. Wir müssen sowas kompensieren. Dann gibt es noch größere. Aber die sind halt angepasst an die... an die jeweiligen... Hier ist Erzbaby. Danke. Hätte ich jetzt nicht gesehen. Oh. Ein lebendiger Obi. Ein lebendiger? Ja. Sie... Ist halt so ein Name für den. Wir müssen jetzt acht von zehn. Zweifel von den kleinen Mikris noch. Jep. Ich bin jetzt gerade alles weggelootet worden. Jep. Komm, spring mal auf. Reib mal zu dem anderen Lager. Das hier ist eigentlich so das beliebteste Lager, weil das sofort am Thrama ist. Deswegen tummeln sich ja auch die Spieler meist. Weil es halt kurze Wege, ne? Spieler bevorzugen über die kurzen Wege. Oh, das wird eine Sokobus. Cool, hier oben war ich noch nie. Ich wusste gar nicht, dass man hier hochlaufen kann ohne Flugmaunt. Ja, nicht ganz hoch. Aber ganz hoch würde ich auch nicht wollen. Da ist nämlich ein Weltboss. Doomlord Kadak. Befindet sich dort oben. Das Erz. Wir werden sterben. Wegen Erz. Nö, nö, werden wir nicht. Und da sind auch die letzten, die wir benötigen. Was hast du eigentlich zu meinem neuen Outfit? Hast du noch gar nicht so gesagt? Ach so, äh, ja. Was soll ich denn da sagen? Ich brauche ein Ziel. Ist halt nur der Hut neu, ne? Was, nein? Und die Brust, ne? Ja, warte, das gucke ich mir gleich an. Der Talbar ist noch nicht bereit. Habe ich jetzt nicht gesehen, Baby. Wie im Echtenleben. Was? Im Echtenleben fällt mir immer alles auf, was an dir anders ist. Hallo, bleib doch mal stehen, damit ich dich angucken kann. Hallo. Oh, diese Frau. Du siehst leicht verrucht aus mit dem Helm. Ja, ja. Aber hast auch eine freizügige Taille. Ja. Deswegen. Es hat sich ein bisschen was geändert. In diesem Licht siehst du richtig verrucht aus. Wie so eine Kopfschlussjägerin von Star Wars. Geil. Oh, guck mal, da kommt ein Dicker. Brauchen wir aber nicht. Ich weiß. Ich sag dir, da ist noch ein Dicker. Und ne Sokobus hast du am Popo. Jo, jetzt haben wir zwei Dicke. Die Sokobusse. Immer mehr als so. Hatten wir nicht einmal nachgeguckt, wie die Mehrzahl von Sokobus ist? Weißt du das noch? So Kuben? Ne, ich bin nie gemerkt. Ich mir auch nicht, schade. Oh, da ist noch einer. Ein kleiner Scheißer. Jo. Ich weiß, aber der hat mich angegriffen. Was? Wieso brauchen wir einen großen? Ach nein, wir brauchen den Schmiedemeister. Den Kopf der Leute hier aus diesem Invasionslager. Das Erz ignoriere ich. Ich habe keine Lust auf das Erz. Wo ist meine Frau schon wieder? Ja, du bist ja ohne mich abgehauen. Wieso bist du? Ich dachte, du bist auf meinem Rücken gewesen. Nö. Ich dachte schon, wieso, wo, was? Jetzt nehme ich das Erz mit. Ich bin nicht ohne dich. Bist du runtergesprungen? Nein, ich bin nicht runtergesprungen. Doch, muss ja. Nö. Du sagst, ich habe ein Beweisvideo. Du hast mir mal sehen. Ich gucke mir das nach der Aufnahme extra nochmal an. Warte, das war Minute 24. Was? Du hast mal 10 Kilometer, wenn du wegkalobierst und dann wächst und sie gar nicht da bin. Mäh. Die will mich da trollen. Meine Frau ist böse. Was? Du kriegst nicht die Couch. Ich doch. Nee, nicht, wenn du so zu mir bist. Ja, und in welche Wohnung willst du sie stellen? Sei vorsichtig. Noch hast du mich nicht in dein Gefilde, ne? Noch nicht. Verdammt, die waren schneller. Noch nicht, Baby. Ja, deswegen wäre ich vorsichtig, ob du mich hier drohst, dass ich nicht mit in deine Wohnung darf. Ich habe nicht gesagt, dass du nicht in meine Wohnung darfst. Doch, du hast gerade schon gesagt, in welche Wohnung ich dich stellen will. Ja, in welche. Nicht in unsere. Doch. Doch, das war mein Plan. Nee. Gebt nicht. Nein, 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 nein. Ja. 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 Na, ein bisschen drehen. Zu wohl zu dir? Ja. Noch mehr? Noch mehr. Ja. Warte. Ja. Danke. Mein Model. Ja. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Nicht. Entschuldigung. Doch. Boah, jetzt spawnen neue, du Blödmann. Spawn. Spawn. Komm schon. Spawn. 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 Ich muss näher ran. Das ist zu viel entfernt. Gepolt. Was hat der für eine Lusche? Oh, nö, komm. Was hat der für eine Nulpe? Was hat der für eine Nulpe? Da haben wir eine Quest gekriegt, glaube ich. Ja. Ja, Schriftwechsel von der Brennende Legion. Ja, annehmen. Natürlich immer annehmen. Möchtest du das sogar vorlesen gleich? Bevor wir abgeben? Oder möchtest du nicht ab... Oder... Booshafte Pläne? Ja. Bringt den Schriftwechsel der Legion zur Magister Blutfalke in Fralmar. Der Text auf dem Brief ist im dunklen, unentzifferbaren Gekrakel geschrieben. Je mehr ihr sie anstatt, desto mehr Symbole scheinen sich vor euren Augen zu drehen und zu leuchten. Es gibt nur einen in Fralmar, der so eine bösartige Schrift entziffern kann. Der Blutelfen Magister Blutfalke. So. Bitteschön. Danke. Und ich dachte, da stand ein Informativeres. Nee. Naja, aber dafür haben wir die woshaften Pläne, beziehungsweise die bösen Pläne. Die woshaften Pläne. Ja, irgendwie so heißt die Folge-Quest, glaube ich jetzt. Erstmal hier abgeben. So, Konstruktionslager Magidon. So, hier hast du den Kopf und deine Toten hast du auch. Zerstört drei Teufelskanonen. Und dann... Toll. Dürfen wir wieder zurückrennen. Und was haben wir hier? Quest beenden. Toll, der hat keine Folge-Quest. Aber 4800 für nix tun. Ja, immerhin. Immerhin. Und wir sind schon fast Level 60, ne? Hälfte geschafft, genau. Ja, etwas über die Hälfte hab ich. Ich hab jetzt... 63. Müssen wir da wieder so einen Scheiß machen hier für die Teufelskanonen? Nein, nein, die müssen wir nur töten. Aber die hätten sie doch in eine Quest packen können. Das hat mich immer geärgert. Bei dem Spiel, was ich gespielt hab, Rappelz, da musstest du manchmal zehnmal immer wieder ins selbe Gebiet rennen. Ach, das ist ja voll nervig. Ja, das war ein kostenloses Spiel, da konntest du nie so viel erwarten. Da bist du immer hin und her. Und vor allen Dingen hattest du da keine Reittiere so, sondern du musstest da immer eins kaufen. Achso. Nee, du musstest eins kaufen und das galt dann immer für bestimmte Zeit, so weißt du, wenn's abgelaufen war. Das ist ja vollkacke. Ja. So, äh, wir haben jetzt zwei von drei zerstört, John. Hubertus, werd böse! Was? Zum Teufel! Der andere Spieler ist gestorben und wir kriegen seine Akku. Willst du mich verarschen? Ja, anscheinend schon. Alter! Wir schaffen das, wir schaffen das. Nur weil der andere Spieler stirbt, ey! Notpuss. Das war ja echt lustig, oder auch nicht, je nachdem wie man sieht. Was ist denn die Miete, der andere Spieler? So, warte mal. Das könnte ich gewesen sein, aber ich war's zum Glück nicht. So, äh, wir haben jetzt alle Kanonen. Sehr schön. Oh, Mann, ey. War ja jetzt gerade nochmal richtig stressig. Das war echt so doof, ne? Die kamen alle Schnurrtracks auf uns zu. Ganz klar. Wir wollten noch gar nicht. Wir wollten's nicht. Wir wollten nur die Kanonen töten. Ja.